Jetzt hat er Herzschlag. Hat er ja bei dir auch keinen Herzschlag? Doch, hat er gern Zeit bei mir Herzschlag. Der mag mich nicht mehr. Weil er genau weiß, dass ich die andere Pfadze aufhebe. Und ich schlaf schon wieder. Ich mach mal ein totes Tod dann. Und gehe halt schon. Du willst mich noch mal haben, ne? Was machst du denn da? Damit machst du aber keine Totems. Ne, ich hatte Totems gemacht. Ich wollte gerade mit Jen zurückgehen, aber... Hallo? Ich war das nicht! Ich schwöre, das war Siggy! Los! Du hast mich umgebracht! Das ist nicht nett! Ich hätte noch die Luca haben können! Wie meinste? Bestimmt! Ich fühle Jensen zuh! Ich fühle Jensen zuh!